Mein Name ist Sonne Wendt. Ich bin in der Technikzeichnung tätig und in der Kunst suche ich immer nach einer Form, die mich fasziniert. Die Form muss kein Thema besitzen, die Form muss keinen Namen besitzen. Eigentlich spiele ich mit der Form und das ist eigentlich das ganze Geheimnis in meinen Zeichnungen. Wichtig ist für mich die Zeichnung auf etwas anderer Ebene zu bringen als die Zeichnung das verdient hat angeblich. Die Zeichnung hat mehr verdient und deswegen bringe ich die Zeichnung oft auf eine Ebene, die mit zwei Dimensionen weniger zu tun hat. Manchmal ist das eine Zeichnung in der Zeit, manchmal ist die Zeichnung in der Landschaft, manchmal ist die Zeichnung, die grafische Elemente besitzt, die malerische Elemente besitzt und auch die variiert. Also in meinen Kursen habe ich eigentlich gar keine Erwartung. Die Teilnehmer müssen nicht in die Vorkenntnissen kommen, Hauptsache die Lust an Zeichen mitzubringen und die Technik ist eigentlich sehr simpel. Also materialmäßig gesehen ist das Grafit, das ist die Bleistiftsmine und mit der zeichnen wir. Wir zeichnen mit Grafitpulver, wir zeichnen mit Grafitblöcken und versuchen das auf bestimmte Art und Weise aufzulösen, wegzuradieren, wieder auf die Zeichnung draufzubringen. Das hat verschiedene Formen, verschiedene Eindrücke erweckt und ja, das ist eigentlich das, was ich erwarte. Also es ist nicht, da steckt in meinen Kursen nicht das Akademische drin, weil ich möchte davon ein bisschen Abstand nehmen. Viel wichtiger sind mir die Emotionen und Gefühle, die man in die Zeichnung reinbringt.